Auto, im Norden, im Norden oben fährt ein Auto Daniel. Ausstiegen, oh es sind zwei Leute, geh in Deckung, geh in Deckung. Einer liegt links. Einer hat Hit. Einer ist am Baum, den siehst jeder. Einer liegt am Auto. Wo ist der Baum, links oder rechts, sag mal. Rechts am Baum, gleich beim ersten Baum unten, den musst du gleich verschießen. Links am Fahrzeug liegt auch einer, den hab ich einmal gehittet. Ich geh mal nach links Daniel, Scope. Oh, er schießt auf mich. Ausgenockt. Nice Daniel. Der Baum lebt noch, oder? Ja, ich glaub schon. Dann muss er gleich rüber laufen. Fuck. Fuck man, ich kann nicht zu viel pieken. Er läuft noch links, er läuft noch links. Ja, er holt seinen Mate wieder. Ja. Ich pushe ein bisschen vor. Ich auch. Ist so low live, verdammt. Von links Daniel, von links schließt auch einer auf mich. Oh, rip Whitey Dude. Ich laufe ein bisschen zu dir. Ja. Nimm Deckung, die werden gleich wieder, die sehen da. Jaja, ich bin schon dead jetzt. Ich seh ihn nicht Whitey, tut mir leid. No problem man. Er ist sehr weit weg glaub ich. Seh ihn nicht, ernsthaft. Versuch zu dir zu kommen, ich hab eh keine Medics. Ja. Schau mal her. Ja, bleib safe Daniel, ich bin gleich da. Ich hab so low live, von der mich anspuckt bin ich dead. Wo genau ist der? Hinterm anderen Baum, direkt gegenüber von mir. Warte. Er hat sein Teammate mit Molotov umgebracht. Holy shit. Holy noob. Pass auf, der schießt von links, schießt eine SKS auf uns. Ich bin hinter dir. Direkt vor dir, direkt vor dir. Heil dich, hey. Warte, ich droppe dir was Whitey, da liegt. Ja, droppe dir was. Halt dich, halt dich. Block mich aber jetzt nicht Whitey. Nein, nein. Der von links ballert die ganze Zeit. Der ballert glaub ich auf den Typen. Wer meint. Der hat ihn gekillt hier. Komm her. Jetzt heil ich mich schnell Daniel. Ja, warte, heil dich. Der ist da unten, der steht da unten, neben dem Auto. Ja, warte, 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 warte. Warte. Nicht schießen. Ja, ich hab ihn einmal gehootet. Ja. Läuft zum Baum, aber ich heil mich jetzt erst mal. Ja. Denkst du eh nach welchem Baum der ist, oder? Der am ersten da unten. Echt der erste Baum. Mach easy Whitey, warte. Ich ändere gerade meine Posey. Der von links, der links ist sein Teammate. Was, 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 Whitey. Er hat sich hingelegt, aber... Er hat so stark Hit, der liegt da unten. Er hat sich gedropshotet selbst. Einer ist am Baum, und einer ist links unten. Er hat sehr stark Hit. War alles easy, ich leb hier noch eine Weile. Er kommt links hochgepusht, Daniel. Er kommt links hochgepusht. Nice. Super Job. Ich hab keinen Schuss. Ich hab keinen Schuss. Sehr gut, Daniel. Du Beat! Er hat den S12K, Mann. Und jetzt kommt auch noch die Zone. Sehr gut gemacht, Mann. Mal schnell der Banditscheine. Haben die Heilung? Ja, hier. Ich stopp die ein. Bin da. Oh. Oh. Knappt, Mann. Ich weiß nicht, ob es bei mir ausgeht. Ich weiß es nicht, Daniel. Also dumm. Was geil passiert ist. Ich bin ausgangen. Der Typ links hat wirklich hart geschluckt. Loote den mal schnell. 8-fach Scope für dich dann. Warte. Guck mal. Wir müssen ein bisschen laufen, komm. Nimm alles mit, was du mitnehmen kannst, ja? Ich lauf schon mal rein und klär die Sache hier. Lauf du, lauf du. Wie weit ist das jetzt noch zum Laufen? Muss ich mich nochmal hielen? Hier bei mir. Vielleicht, ja. Ne, ich glaub nicht. Nicht mit deiner AP-Zahl. Nein, ich glaub auch nicht. Scheiße, mein Helm ist komplett kaputt. Komplett. Kann ich glauben, dass ich nur lebe. Warte, das hast du gut gemacht, Mann. Danke. Wir müssen nicht weit laufen, alles gut. Kannst du nicht mit Bandagen heilen? Ich nutze schnell meinen 1.8-Kit. Ich mach's mit Bandagen. Ich hab nur noch eins, deswegen benutze ich das nicht. Ja, ich hab auch nur noch eins. Oh Gott, das ist zu viel Aufregung. Hast du einen Energy Drink hier liegen? Was? Mach ich. Okay. Bisschen Energy eingebumpen in mir. Jo. Hast du den mitgenommen, der da liegt? Ja, ne? Den Energy hab ich, ja, ja. Bin nur verwirrt, ist schon spät. Schon spät, wir anfangen in 2 Uhr. Gleich 3. Au. Rechts aus dem Haus, ne? Irgendwo da unten im Süden. Na, das ist nicht bei den Häusern, das ist weiter. Weiter südlich. Ja. Da hinten sind welche beim Auto, glaub ich. Da steht ein Auto, ein blauer Setan. Ja. Gucken wir mal. Vielleicht können wir snipen oder so. Wir müssen ein bisschen. Hvor, geh mal davor zu den Wellen. Zu den komischen. Jojo. Haben nur guten, guten Schutz. Ja, da steht einer direkt auf einer Fläche, ja. Oh ja, da vorne ist wieder. Hat einen Hitshot, ist ausgenockt. Nice. Die anderen sind da beim Haus. Ja. Oh, einer hat sich hingelegt. Er liegt links vom Wohnwagen, der zweite auch. Einer headshot down. Der zweite ist links von dem Daniel, ganz ein bisschen links. Warte mal, warte mal. Whitey, da ist ein so ein Haus, so ein turmartiges Haus. Guck. Turmartiges Haus. Ja, warte, ich markier. Das hier, glaub ich. Oder das. Keine Ahnung, dieses riesige Turmding da hinten im Osten. Da, da, da sind welche, oder was? Ja, ja. Das ist dieses Abfuckerhaus. Sein Teammate is down. Der wird ihn jetzt wiederbeleben, glaub ich. Warte, ich verpass dem Typen jetzt da oben Headshot, ne? Ja, flieg noch einmal. Flieg noch einmal. Dieser Feigling. Oh, von vorne schießt er auf mich. Weiß zwar nicht genau von wo, aber irgendwo von vorne wurde ich eben hart beschossen. Da ist er. Ah ja, ich seh ihn, ich seh ihn. Ich seh ihn da. Zwei Leute sind da vorne an dem Baum. Am Baum, ja. Sie werden von vorne das beschossen. Von rechts von dem Wohnwagen, den du anbeschrieben hast. Dieser Feigling da oben. Mann, Mann, Mann. Warte, wir müssen laufen, komm, Position verändern. Ja, ja. Leicht nur. Ähm. Ganz leicht nur. Ja, wir müssen ja nicht so weit. Komm, der Typ mit der SKS ist da oben im Tower. Warte mal, die einen laufen weg vom Wohnwagen. Nein, die sind immer noch am Wohnwagen. Ich darf's nicht die Schweine zu hinten. Was ist da los? Ja, die haben jetzt auch so einen Sandhügel als Deck. Ja, die laufen weiter. Hinter uns, hinter uns, Daniel. Ja, die haben jetzt noch mehr gesagt. Der hat mich ausgelöst. Pass auf, er ist nicht mit dem Tower. Nein, ich habe es da nicht. Sehr gut, sehr gut. Du Piest. Ich glaube, ich bin hier safe. Nee, guck mal, die Zone. Die Zone. Warte dir. Tut mir leid. Na ja, lass mich liegen. Ist besser. Es ist besser. Ich habe gar nicht gesehen, dass die Zone schon wieder unterwegs ist. Gut, dass ich einmal geschossen habe. Seine Hand sieht man halt. Time to do dirty stuff. Dirty Sanchez oder was? Der Text im Auftrag des WDR immer noch das haus ist drin ich bin sogar hier noch in der zone glaube ich in der ecke siehst du eh ob der ding ist aber weiß ob eine weiße linie angezeigt wird oder nicht stimmt ja ich bin hier drin dann kämpfe ich hier rum warte bis die raus rennen und rennen dann raus und schießt in den rücken ich gehöre nicht dazu gehöre nicht dazu okay mein karabiner guckt hinten durch muss ich beachten da habe ich pushen dieses haus wenn man aufpassen ich habe keine heilung mehr null ich habe keine heilung mehr null gar gar nichts mehr gar nichts mehr ich werde jetzt raus und raus Nice Nein Fuck 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 man Zu hart gesprayt man Schade Aber gut gespielt auf jeden Fall Danke man Wie viele Kills hattest du? 7 4 dann haben wir wenigstens 10 plus Ja man Scheiße ey Ah der hat uns wenigstens noch einige Leute gut weg geholt Ja 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 Ja